Wir hatten ja einen Anruf gekriegt und sollten die Tiere aus dem Becken rausholen und dann habe ich meine Pferde und Rinder rausgeholt und die Schafe hatte ich dann ein bisschen laufen lassen, die dann nicht selber, die mitkommen wollten, wo der Hund nicht so richtig hinlaufen wollte, bin ich selber hinterher gelaufen. Aber ansonsten brauche ich nur den Hund hinterherlaufen lassen, dann laufen die so hinterher. Man macht das ja gerne, man hat die Tiere ja gerne. Ja, ist ja mal was Neues. Wir wollen nicht klagen über das Wetter. Es gibt schönes Wetter, es gibt schlechtes Wetter. Ich sage mal, man kann sich anziehen. Also wettermäßig alles wunderbar. Das ist ja alles sein eigenes selbstgemachte Leiden, sage ich immer so. Ist ja bei jedem so.